Mein Name ist Thomas Reiter, ich bin Geschäftsführer der Therma Elektrowärme GmbH. Wir sind ein österreichisches Unternehmen und produzieren elektrische Heizsysteme. Das Image der Elektroheizung hat sich in den letzten Jahren aber auch sehr stark verschlechtert. Wir sind immer noch verschrien als teures Heizsystem und wir waren einfach durch den Umsatzrückgang gezwungen etwas Neues zu entwickeln. Rausgekommen ist eine technische Weitentwicklung, die man eben nicht mehr unter die Fenster hängt, sondern Infrarotheizungen, die man in der Mitte von der Wand montiert. Und wenn man die Geräte in der Mitte von der Wand hängt, muss das natürlich schön aussehen. Und dahingehend waren wir komplett überfordert, weil wir sind Techniker. Wir wissen zwar, wie man die Geräte richtig baut, aber eben nicht, wie man sie designt, dass sie den Raum aufwerten. Wir haben uns dann überlegt, mit einer Firma zusammenzuarbeiten, die einfach Erfahrung im Bereich Design hat. Uns sind sehr schnell auf die Firma Destillat gestoßen, die uns dabei sehr stark unterstützt hat. Mein Name ist Harald Hatschenberger. Mein Name ist Thomas Neuber. Ich bin Teil von Destillat. Wir bieten hier gesamtheitliche Konzepte aus dem Bereich Architektur und Design an. Aus unserer Sicht ist es wichtig, dass man bei hochwertigen Produkten ein gesamtheitliches Konzept anbietet, vom Produktdesign bis zum Vertrieb. Die Firma Therma wollte mit den neuen Infrarotheizkörpern den urbanen, designorientierten Kunden aus dem gehobenen Segment ansprechen. Um diese Zielgruppe zu erreichen, haben wir vorgeschlagen, die Infrarotheizkörper als Kunstwerk zu gestalten, dass man sich gerne an die Wand hängt. Destillat hat uns dann die gewünschten Designs geliefert. Wir waren sehr begeistert. Der einzige Knackpunkt war am Anfang nur der, dass die Designs die Temperatur nicht ausgehalten haben. Und wir haben dann gemeinsam mit leicht veränderten Designs eine Lösung gefunden. Durch diese Kooperation, wir eben die guten Techniker, die das Produkt optimal technisch entwickelt haben und Destillat als Designfirma, hat eins und eins dann mehr als zwei, also ein Vielfaches davon gegeben. Ein absoluter Mehrwert für ein Unternehmen wie uns. Das ist nicht unbedingt eine Frage der Kosten. Die Kreativen können die Unternehmen in allen Bereichen der Wertschöpfungskette unterstützen, um einen Mehrwert zu schaffen. Mit guten Ideen kann man hier sehr schöne Ergebnisse erzielen und das ist auch nicht nur etwas, das für große Firmen sich rechnet, sondern mit Sicherheit auch für sehr kleine Unternehmen interessant ist. Durch die Zusammenarbeit mit den Designern haben wir ganz neue Zielgruppen erreicht. Wir haben neue Märkte erreicht und wir können einfach so den Umsatz bedeutend steigern. Das ganze Projekt war wirklich sehr erfolgreich und ich kann es jedem Hersteller empfehlen, bei der Produktion und bei der Entwicklung von neuen Produkten mit Designern und Kreativen zusammenzuarbeiten. Musik Untertitelung des ZDF, 2020